Gemeinsam aus Leidenschaft hier ist der TVG hier in Gehlenhausen ein Leuchtturm für die Region mit dem Handballsport, der hier vor Ort geboten wird. Das wurde heute Abend hier für mich sehr deutlich spürbar. Ich selber bin früher Handballspieler gewesen, von der F-Jugend bis zu den Senioren. Hab da auch so meine Erfahrungen gemacht und was ich heute Abend hier erlebt habe, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Kreisparkkasse Gehlenhausen hier als Premium-Pachter hier mit dabei ist, mit an Bord ist in den nächsten Jahren. Ich freue mich einfach auf dieses Netzwerk, auf diese Stärke, dieses zu spüren, wie frisch und munter hier die Spieler, die Trainer, der ganze Stab vom TVG hier miteinander agiert, an einem Strang zieht. Das ist für mich sehr beeindruckend heute Abend.